hallo und herzlichst willkommen zu einer neuen episode von olli fährt heute fährt der olli mal wohin und zwar nach berlin pankow zum parkplatz treffen für alte und neue usk fahrzeuge sehr gut fahrzeuge ja veranstaltet von den usk freunden berlin also in schale geschmissen und dann wollen wir mal gucken was da so los ist wer mein heutiges also mein video jetzt geguckt hat mein zweites olli fährt mit video der hat ja mitbekommen dass die kamerasicht nach vorne doch etwas sehr stark wackelte das war auch schon bei dem video von janik so also jx dashcam das hat mich ein bisschen gestört jetzt also habe ich es war sowieso zeit mir ein neues handy geleistet auf empfehlung eines sehr netten arbeitskollegen habe ich mich für ein chinesisches skia mo poko x3 pro entschieden das soll wohl eine recht gute kamera haben und auch eine gute bildstabilisation deswegen wird das video heute hier nur mit dem skia mo x3 poko pro entstehen also gefilmt und dann gucken wir mal ob wir da verschiedene unterschiede also ob wir da große unterschiede sehen zu meinem fünf jahre alten samsung galaxy a5 ich hoffe mal dass das so ist wenn das dann nicht so ist dann war das eigentlich sinnlos ein neues handy zu kaufen ja wir machen die aufnahmen bei der hinfahrt dann mit dem bildstabilisator ganz normal 1080 60 fps so wie auch die gopros bei mir immer eingestellt sind dann muss ich das auch nicht mehr anpassen in der bildbearbeitungssoftware und wir schauen einfach mal wie sich das so verhält ich werde zwischendurch immer mal so kleinere sequenzen dann filmen erst mal jetzt hier relativ gute straße in der stadt ich denke mal da sollte das kein problem sein aber wir wollen mal schauen also schalte ich jetzt mal die kamera um und dann seht ihr ein bisschen was von der strecke das ist das ist das ist die Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann werden wir als nächstes mal testen, was dieses neue Gerät so an Bildern macht Haben wir ja auch noch nicht ausprobiert Mal gucken, ob wir ein paar schöne Modelle finden hier Aber wird sich bestimmt was Schönes ergeben Auf jeden Fall ist es schon mal ziemlich voll Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, falls das eben nicht geklappt hat beim Runterfahren, wir waren beim Parkplatz der US-Car von Berlin Schöne Autos, schönes Wetter, schöne Menschen Haben wir ein bisschen die Kamera probiert, fahren jetzt zurück Wir probieren mal die Kamera ohne den Bildstabilisator, weiß ich noch nicht, ob wir es karriert durcheinander schneiden Immer mit, immer ohne Macht vielleicht Sinn Ja, gucken wir mal, bin ich selber sehr gespannt Jetzt geht es erstmal heim, heim in die Heimat Geag. Die Zeit, die Zeit für die Siem, gern, ziehen, schnippen, 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 schnippe, schnippen, schnippen, schnippen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020